Cliff Richard! Hi, congratulations, thank you, for 35 years in Showbusiness. Your audience, your fans, vielen Dank. Herzlichen Dank, vielen Dank. Thank you. Ich brauche jetzt gar nicht in Englisch weiterzureden. Cliff Richard versteht hervorragend Deutsch, nicht wahr, Cliff? Ja, ja. Und er hat versprochen, er kommt wieder auf Tournee nach Deutschland. Das wird dann im November sein, stimmt das? Ja, ja. Stimmt auch. Und heute ist ja nicht Trauchertag und da werde ich Ihnen auch ein Geheimnis verraten. Cliff hat noch nie eine Zigarette gehaucht, stimmt das? Ja, ja. Aber jetzt etwas. Mein ist ein Jubiläum, ist 35 Jahre im Showbusiness. Das hat er versprochen, heute Abend Ihnen allen hier im Atelier etwas auszugeben. eine Lokalrunde für jeden Champagner. Stimmt das, Cliff? Nein, nein. Habe ich nur gesagt, er versteht alles. Jetzt aber einige seiner schönsten Songs aus 35 Jahren Unplugged gespielt, wie so schön heißt, mit der Gitarre. That's for you. Und wir hören jetzt nochmal sehr schöne Titel, an die Sie sich sicher gerne erinnern werden. Man kann nur einige jetzt wieder in Erinnerung rufen. Und seine Fans werden jetzt natürlich auch wieder ausflippen und Sie zu Hause werden sagen, das waren doch Songs aus unserer Jugend mit Cliff Richard. Das war's. 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 Move it. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Luke A. Pritchard, Movin', das war, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, 1958, der allererste Hit von Cliff, Movin'. Damit begann seine Karriere, der bekam damals auch seinen ersten Plattenvertrag. Und ich weiß inzwischen auch, was ihn motiviert, nach wie vor top zu sein, er möchte. Elvis Presley von Platz 1 der Chartliste, wenn es um die Dauer der Platzierungen geht, verdrängen. Er hat schon die Platzierung Nummer 1 eingenommen, vor Elvis Presley und den Beatles, bei der Platzierung, bei der Auflistung aller Single-Veröffentlichungen. Elvis Presley hat 109 Singles und Cliff Richard hat das jetzt überboten. Aber er möchte noch mehr, er möchte die absolute Nummer 1 werden bei diesen Listen aus 35 Jahren Joe Business.